hallo und herzlich willkommen zu folge 2 von youtubers live ja ich habe richtig bock drauf weil mir gefällt das echt echt gut das spiel wie es jetzt und war ich bin richtig geflasht von der ersten folge die wurde zwar ein bisschen lang aber sie war richtig nice finde ich und ich habe mir leider die kommentare von der letzten folge noch nicht durchlesen können weil ich nehme jetzt gleich im nachhinein auf aber nach dieser folge werde ich dann lassen damit auch der spaß sich meinerseits ein bisschen verteilt und ich würde sagen wir starten wieder rein wir haben wieder einen subscriber verloren und ja ich würde gerne wissen was das oben ist oh wir können you you a new card funny moment okay ich weiß geil wave hallo das sind die karten die wir beim video machen kriegen anfangen im moment okay auf topic kommen auch nice good wave goodbye aha okay das ist geil murderers look dass das sie ganz gut aus happy expression ja und noch was singen kommen ich glaube das hatten wir aber schon und ja schon mal haben wir hier ein deck oder so ah ja hier haben wir ja level 2 3 auch hier haben wir so die sammlung ungefähr sieht auch ganz nice aus dass wir hier schon alles haben card collection das ist geil was ist das talent ja genau was ist das first impressions record your first gameplay session to give your views the taste of the game always make the most of it by recording the first session of the games that have just been released otherwise they will lose interest okay gut zu wissen das ist casual platforming racing bla 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 okay ich denke das können wir erst mal vergessen kontakt da haben wir ein paar wir wollten ja mit der amy versuchen aber dann müssen wir uns erst mit ihr treffen was ist das hier das bin ich in kam diese 24 cent im monat da haben wir unsere fähigkeiten und gaming können wir auch ableveln das ist cool das ist sehr cool okay ich glaube die amy die kann da gar nichts die spielt gar nicht weil die hatte dir der überall null genau die ist zwar da vielleicht ganz gut aber sie macht keine videos deshalb sind hier auch nichts ja okay aber ich würde sagen dass uns unsere mutter nicht schimpft gehen wir wo work was jetzt müssen wir auch ich gehe mal was essen keine ahnung schauen wir einfach mal was müssen wir hier aber schon play genau ich glaube dann nehmen wir dann heute noch ein weiteres video auf aber geht bitte mal essen hier mein lieber wo ist er geil da kann man dem zuschauen kann ich hier auch was machen oder holt sich der das nur kann ich mit der mama sprechen die kann ich nicht okay gut zu wissen dann gehst du hat er ich ja da hat gegessen dann work was ist work ich weiß dass sie arbeiten aber wir gehen was da den working hand wir sind durch youtube wir müssen nicht arbeiten oder bekommen wir extra geld ich weiß nicht das geht auch ein bisschen runter nicht zu viel wir schauen mal wie geht's da okay da müssen wir dann müssen wir anscheinend noch vier mal gehen und dann haben wir es gut wann kommt das jener ader o gott da haben wir nicht mehr so viel zeit will ich sagen wir sind jetzt nicht der einsatz schüler ah new gaming video oder kann wir das hier nicht auch upgrade da ich da was go shopping ohne da muss ich mir was kaufen hab kein geld dafür sorry da musst du jetzt ein gaming video machen unser das hier wieder sorry wir müssen das machen und zwar hier wieder gameplay start video und da muss ich natürlich das wieder auswählen ja ich glaube da ist schon alles so ausgewählt da kann ich eh nix mehr ändern ja continue und zwar hatten wir das somit hashtag 002 uns deiner fee verschrieben natürlich deiner fee und am anfang let's play let's 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 bitte nur ohne d play und next gut ich werde jetzt ein bisschen weiter durch raschen weil wir haben schon wir fünf minuten hier kann ich was funny comment happy expression am besten ja und jetzt recording game intro scene da kann ich ihn oder das hier nehmen ok und jetzt kann ich nichts mehr machen jetzt habe ich nur noch so eine glühbirne ich weiß nicht wofür next einfach passt schon das kommt da rein das kommt da rein zehn punkte haben wir add title ich werde jetzt mal beides hier reingeben dauert zwar ein bisschen länger zum rendern aber das passt schon das machte irgendwie komischerweise you're losing subscriber you should make more videos ja mache ich doch gerade mein lieber hier interest oder haben wir einen neuen record neuer record und script kriegen wir acting steigen wir zwei level auf video editing haben wir wieder was dazu bekommen und hier post production sind jetzt auch aufgestiegen publish video würde ich sagen interest 42 prozent ist aber noch im grünen bereich würde ich sagen soll ich würde sagen aus ja schimpf uns das school called and told me you've missed a lot of classes das weg liefste computer logan study ok soll ich schon wieder gehen soll ich schon wieder gehen ja kommen gehen wir schon wieder das geht mir alles viel zu schnell hier die stunden vergehen ja fast im sekundentakt da kann ich nicht viel machen mein social life muss ja eben auch hier irgendwie oder darf auch nicht darunter leiden bedeutet wir werden jetzt mal meine gute freundin die amy nach oh chatten sorry ich wollte nicht hätten ja ich weiß die relationship passt nicht dann werde ich dich mal einladen invite home wieso nicht i want to be alone right now please don't follow me ok kann ich mich nicht mit dir treffen oder so ja hier kriege ich noch mal xp das ist nice put a game in your life ja bla 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 Don't wait any and put it ah ich glaube da muss ich einfach ein neues spiel kaufen ja ok hier gehen wir noch mal essen ah da können wir da mal schauen wir kriegen hier keine bewertungen drauf aber wir kriegen wieder abonnenten die views gehen auch ein bisschen hoch es ist eigentlich ziemlich 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 geil gemacht so schauen wir hier weiter da geht es immer noch nichts ok gut schlafen müssen wir auch gehen geschlafen wie sieht es aus mit dem test haben wir zwei das sind wir eigentlich ja hier sollten wir schon reinkommen auf jeden fall und um 21 uhr am abend oder 22 uhr gehen wir noch mal studieren oder so schauen wir mal wo ist er geht er einfach in die schule so spät am abend oder was alles klar kann man mal machen kann man mal machen wenn man will so das kommt ja eigentlich ganz gut an hier gleich haben wir immer noch keine comments aber das ist positiv anscheinend empire planet 2 gameplay videos are not the common right now gut für you if this person is a youtube i'm batman awful editing ok in negativ aber die sind wir gut der best part of this video ist ist script i was a die hat die nicht ne die hat nicht das gleiche profil bild wie die eine da die amy oder wie heißt die keine ahnung also i was expecting your first hall pc videos okay ich glaube das was heißt keine ahnung sorry i'm loving empire planet 2 gameplay videos very interesting alter wenigstens bezieht sich das auf das spiel das gefällt mir schon mal ganz gut so ich würde sagen können wir hier auch mal was anderes machen so rausgehen oder so hier können wir mal schauen kriegen wir da irgendwas nee dann würde ich auch sagen jetzt waren wir gerade noch mal hier dinsen waren wir nicht gerade hier times you have studied 4 hey lol habe ich da nichts dazu gekriegt gehe ich noch einmal kommen einmal gehe ich noch und dann schaue ich mal arbeiten was bringt mir das ich weiß es nicht und wieso mag sich die eine mit mir nicht treffen ich weiß es nicht so geht es mir im echten leben auch neben spaß nee war ich kein spaß ist eigentlich ernst aber das ist das mein channel ah nice da kann man auch schon ranked youtube aha okay kann man auch schauen wie viele dings die haben wie viele wie viele abonnenten die haben oder ist es ihr level keine ahnung gut no warnings ah ok da kann man warnings haben aha okay your network ah okay das ist hä eigentlich da müsste das doch passen ja der betrag stimmt sogar das bedeutet einfach pro 1000 klicks bekommt man 1 dollar networks kann man da schauen monthly goals okay hier bekommt man 1 50 1 70 2 2 50 und hier 90 prozent copyrights okay ähm das wird noch ziemlich geil aber eine million müssen wir da noch haben oh mein gott äh line tube okay wir sind jetzt in common oder so ah da würde ich noch weiter schauen hier das braucht ein bisschen statistics das sind glaube ich die videos genau oh mein gott serious and fun education entertaining younger older male female oh wir haben ziemlich viele weibliche zuschauer das freut mich natürlich subscribers ok total earned interest alles klar ist klar gut hier sieht man dann die videos das ist auch ganz nice und hier 1,1 millionen alles klar das ist das ist echt wow da ist man halt die top liste welche sind wir oh wir sind 51 damit 240 haben wir noch einiges um hier unter die top 50 zu kommen networks ja ok da waren wir gerade drinnen gut zu wissen so schauen wir mal was sagt das hier wieso sagt es immer noch gut das ist dann schon besser ähm ja aber gut hier ist noch alles ok ich würde sagen nehmen wir noch ein weiteres gaming video auf ja das bitte wieder und gameplay start video ich denke ja das ist eh noch alles eingestellt da werden wir hashtag 003 und wieder deiner fee deiner fee vielleicht hat sich das manchmal raus wollt wollt ihr dass ich das rauskarte wenn ich sowas schreibe oder so ich meine das mache ich ja eh immer gleich let's play und dann das gameplay muss noch weg also wenn ihr wollt dass ich das rauskarte könnt ihr das mir gerne sagen dann mache ich das natürlich gerne so macht das bitte so da machen wir ein hier machen wir sehen kommen weil da kriegen wir mehr punkte aber da brauchen wir ach du kacke da muss man aufpassen da muss man übel aufpassen alter ok gehen wir einfach mal auf next ich weiß nicht was das für eine auswirkung hat ob wieder länger zocken oder nicht you losing subscribers ja ich weiß next kommt das rein hä wir haben nur eines dafür können wir hier ultra die effekte drauf klatschen klatschen einfach die mal drauf und herr ist das ist mal nice lol ok naja das ist jetzt nicht aber wenigstens video quality haben wir neues und hier acting steigen wir auch auf sound steigen wir auf und post production steigen wir zwei level auf sehr sehr nice so wir publischen das mal dann würde ich sagen gehen wir noch mal schlafen und heute haben wir den 25 noch mal lernen gehen schnell komm mach schneller und geh jetzt starting wir wollten eigentlich worten gehen machen wir dann auch aber jetzt muss ich erst noch lernen oh aha ok da sehe ich wieder mal hier die die comments haben wieder ein negativen sonst positive blablabla ein lot of interest now i hope my videos could look this good congratulations are nice doing new things on every video is the right way to go and bla bla ich will jetzt nicht alles hier lesen weil das dauert zu lange aber was expecting your first help pc videos ok das hat mir wieder und hier i can't believe that self pro pro claimed youtuber ist this bad editing take some classes for you sake and your viewers for your sake ok alles klar was wie sieht das aus okay wir sollten vielleicht noch einmal gehen dann sind wir auch sehr gut hier vorbereitet oh was ist das hier wollen wir nicht hier mal chatten mit der oder noch mal wollen wir die jetzt nicht mal einladen hm komm i won't be i won't be alone blablabla schon wieder ok hä wie kann ich mir denn dann eine beziehung mit der anfangen ich will doch so gerne gehen jetzt erstmal essen dann gehen wir noch einmal starting und dann gehen wir arbeiten ok das will ich in diesem part noch schaffen ich bin jetzt sicher so strikt dass ich sag nee du ich will jetzt eigentlich so eine richtige anzahl oder eine eine fixe länge von video ich mache es einfach so lange wie ich bock habe und ich will natürlich immer so bei ungefähr 15 20 minuten bleiben aber es passt schon so sehr schön sehr sehr schön ja ich würde sagen wie gesagt wir gehen noch mal studying dann sind wir auch ganz gut vorbereitet dann sollte sich meine mutter auch nicht beschweren ja schauen wir waren es dauert noch ein bisschen klar es bin released ok gut zu wissen so jetzt sind wir hier wieder zu hause das geht ganz gut so wie es aussieht na ja wir haben fast 100 abonnenten das ist auch ganz nice so aber ok lassen wir es mal so stehen schauen wir sind wir jetzt hier nähe sind wir nicht äh duration 5 ok äh was war das hier ok das sind hier nur die notifications schreiben wir doch mal mit der vielleicht mag die schreiben ich weiß es ja nicht vielleicht mag sie ah hier blut ok mit der kann ich schreiben anscheinend hm vielleicht sind wir einfach noch zu low hier im level für die andere kann auch sein ich mein so risa als schon jetzt können wir uns anschauen passiert das wenigstens ja es passiert sehr schön score ok hier tot und 22 cent hier keine likes keine dislikes aber die kommentare sind hier das ist nice sehr schön ja gut mehr steht da eh nichts aber man kann es lassen congratulations 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 you have reached level 2 when you get a new level you can unlock new light bulbs was sind light bulbs ich weiß es nicht skills video clips and many objects in the store press your experience bar if you want to see your unlocked items in depth okay gut zu wissen ich glaub da muss man da draufklicken oder äh you unlocked items marketing friends new cards ah ok äh power bla 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 ok das ist nice gut zu wissen so was will meine mom schon wieder hör auf mit dem chatnetzt äh oh hä äh very good you started a lot this week if you keep it up maybe you will äh you will give you a present ah ok nice hä komm dann gehen wir doch gleich nochmal oder dann gehen wir doch gleich nochmal ich meine wir wollen natürlich ein present haben das wäre natürlich sehr sehr geil ich finde es wäre echt nice hä das finde ich jetzt echt cool das haben sie gut gemacht vielleicht gehen wir auch mal working dass wir vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen aber man kann ja wir von ihnen schon wieder abonnenten gut ähm wir gehen ein neues video aufnehmen ne warte wir kaufen uns ein wir kaufen uns ein neues spiel go shopping wir kaufen uns ein neues spiel und schauen mal wie das ankommt und zwar hier zu wo waren das war das hier ne das war nicht hier äh war bei amazon äh best rated grundsatz ist das hier ähm was ist das ich will nur wissen was das hier für ein symbol ist kann man später hier sagen kannst du mir nicht kannst du mir nicht kannst du mir nicht schade wir werden es trotzdem kaufen kostet 30 dollar äh broken words das kaufen wir einfach mal ja uns bei 4,8 stunden braucht bis es da ist hä das ist cool is coming soon today ok dann können wir ja eigentlich noch ein bisschen chatten mit ihr äh ah das ist jetzt auch complete oh mein gott das sind viele xp 750 oh mein gott das ist viel aber das ist so wenig eigentlich hier verglichen zu dem oh hier ist es open ja das ist es nice dann werden wir es gleich mal aufnehmen äh game video hier nehmen wir broken words gut so hier gameplay natürlich start video und zwar könnten wir dann hier auch mal aufrüsten schon langsam aber das passt schon noch so hashtag 001 mache ich immer wobei eigentlich ne kommen wir lassen so wir ändern mal den titel gar nicht dann geht es schneller denn das video ist eh bald wieder vorbei ähm wir machen ein wir machen erstmal nur ein ne was wir haben hier mehr punkte da machen wir einen funny comments ist auch ganz gut finde ich so hier können wir jetzt nur noch einen anfang die comment machen keine ahnung schade naja egal das ist jetzt irgendwie so gefällt wahrscheinlich aber egal kommen lassen wir äh part 1 kommt rein part 2 kommt rein hier irgendwie das passt nicht so ganz ich hab keine ahnung oder kann man das hier um ändern die kann man nicht hey lol ich hab da noch keinen plan wie das funktionieren soll hier haben wir 10 rendering points immer noch ähm ja titel machen wir wieder mal und dann machen wir great color warum nicht und ja machen wir einfach mal so das ist schon höher new records bei content und hier auch new record neues level hier auch neues level sogar mehrere hier neues level hier neues level wow war gut auf jeden fall kann man so lassen sollten wir wieder ein paar abonnenten dazu bekommen und jetzt schauen wir mal wie sieht es aus wenn das hier test date ok das sieht gut aus ja so kann man es lassen so kann man es auf jeden verlassen heute haben wir test ok dann werde ich aber trotzdem ich habe eine neue karte gekriegt funny greeting das ist cool sehr sehr nice sehr sehr nice so wir gehen aber nochmal pennen und ich denke wir sollen es da liegen gehen heute noch damit wir hier auch den test schreiben sozusagen komm schnell ich muss hier schnell studien ah nee 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 nicht hier das hier exam ok das macht er eh das macht er eh von automatisch das ist gut und hier das kommt dann scheint doch nicht so gut an promote ja wie kann ich das machen eh your grade on this month's final test is b meines nice das sind 2 minus das ist sehr schön oh kriegen wir jetzt ne ne belohnung warte mal promote würde ich auch noch machen äh spread to world hashtag raffling nee wir machen a b minus that's not a bad grade but i'm sure you can do better on your next test even so you're man wir haben auf jeden fall 25 dollar oder so gekriegt glaube ich sehr nice auf jeden fall von der mutter dankeschön wow das ist einiges das spiel haut rein das ist gut das ist cool wir haben schon oh mein gott das ist richtig nice hier geworden das wollen wir noch haben und natürlich möchte ich jetzt ganz gerne ähm möchte ich ne ich will hier mit deinen schreiben schauen wir mal test date ah ok da haben wir jetzt wieder einen ganzen monat Zeit so läuft das oh äh warte lass mal warten hier warte 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 hier ne ich kann das ach komm hi Sebastian i want to make a video of me playing a game but i don't know how to record it bla 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 i'll send you the game could you do it ja natürlich mach ich mach ich natürlich äh ja ja ok äh ähm lord battle ok for the whole pc ah ok ich glaub das sollte der pc einfach sein ah ich verstehe ich verstehe gut das kann ich gerne machen meine liebe ich will dich sowieso aufreißen äh dafür werde ich aber noch was essen gehen eat ah das spiel meint sie glaube ich ah dafür mache ich das natürlich gerne für dich ähm aber das machen wir dann im nächsten part so wie es aussieht denn das dauert immer ein bisschen und ja mal schauen ob das einfach so speichert wenn nicht weiß ich auch nicht dann haben wir reingekackt hm egal auf jeden Fall wenn euch diese Folge gefallen hat würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen lasst einen Kommentar da und ja ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag haut rollen und ciao